moin moin und willkommen zurück hier auf der nintendo switch und auf meinem kanal und wir spielen battle chases nightborne haben das letzte mal versucht hier unten in der berg zwingburg zu schaffen haben wir nicht geschafft der letzte gegner war mit deswegen überlege ob ich nicht ein bisschen aufrüsten soll und auch meine ganzen rüstungen mal zu lesen soll deswegen suche ich jetzt erst mal was anderes wo wir vielleicht in legendär reinge können arena da gibt es mal rein finden können ihnen da rein und luftschiff jetzt luftschiff müssen wir kämpfen müsste aber auch klappen schwach sind wir jetzt auch nicht aber ja wie gesagt also der letzte gegner im zwingen bock da war bis uns die zweite welle ist zu hart diese welle ein bisschen die sind auch nicht gerade schwach aber wir probieren es mal so rüberfall und dann nehmen wir überfall am besten gleich und machen wir gleich mit dem boss war fertig hier nehmen wir verwüstung weg auf den gegner los geht's gut austeilen aber kannst gut einstecken auch ja so so wir können es ja reißen drin ok und bumm ach ja so heilen scheiß blöd aber das könnte man vielleicht trotzdem überleben Dann da mal Kanon-Schuss. So, dann gehen wir mal gegen hier. Obwohl dann noch mehr Energie bekommen. Ey, der dringt nicht so gut, oder? Na gut. Ah, das ist noch nicht so gut. Wenn wir gleich die Fähigkeit wieder auf was anderes. Ähm, das ist gut. Leider ein bisschen Heilung haben. Gebt er mir noch weg hier. Was habe ich doch gar nicht gemacht? So. So. Aie, aie, aie. Aie, ein Dritt. Cool. Ok, sie muss auch geheilt werden, definitiv. Sollen wir nur hiermit machen? Echt, das ist zu wenig. Oh, er schnappt sich. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir werden jetzt trotzdem wieder trotz besiegen. Ich gebe dir mal diesen Schaden, das halte ich davon. Oh, ein Crit. Und noch ein Crit. Und wir entflammen euch ja noch. Sollte es wie sein Maschinenchen gewesen sein, ne? Genau. So. Oh, ich lebe den Schüsse. Oh, ich dachte er würde sterben. Shit. Na gut. So daneben. Doppelkill. Hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Aber egal. Auf jeden Fall ein paar Sachen, ähm, aber wir wollen ein bisschen verstärken. Oh, warte. Warte mitnehmen. Ich h Kafe mitnehmen. Warte mitnehmen. So, den werden wir jetzt einmal versuchen stärker zu machen, ist er ruhig oder legendär? Guck mal legendär, mal gucken, wie stark die da sind. Sollte ja irgendwie möglich sein. Kann man nicht vorstellen, dass das so stark ist. Obwohl, ich habe es noch nie probiert auf legendär. Kann natürlich sein, dass die mega stark sind und nicht einfach nur so was von ablosen. Macht nichts, ich muss auf jeden Fall meine Kollegen gleich noch ein bisschen heilen. Ist doch sehr, sehr geschlagen gewesen. Aber Libretto riecht es schon. Alle, die möchten, dass die Switch statt, ich glaube, was hat die denn? Zwei oder vier Gigabyte RAM, die 16 Gigabyte RAM hatte, heben die Hand. Ganz Deutschland hebt die Hand. Ich verstehe auch nicht, das ist doch ein Kostenfaktor, der wirklich sehr, sehr niedrig ist. Ich glaube, es gab so ein bisschen mehr RAM. Mein Gott, dann lasst die Switch 10 Euro mehr kosten. Passiert keine Sau. Also ich hätte auch, damals statt 2,99 hätte ich auch 319 bezahlt. Also es ist mir sowas egal oder 309 oder ganz im Ernst. Aber es gibt ja diese 299 Euro Grenzen, das ist so, oh ist noch nicht ganz 300, ne? So. Mal gucken, wie es auf Heroisch ist hier. Ich habe keine Ahnung. Hätten vielleicht auch mal, wenn... Hätten vielleicht auch mal... Waffen können auch. Machen wir gleich einen Kampf hier. Nur mal zu testen, wie stark sie sind. Hm. Dürfte eigentlich nicht allzu stark sein. Naja, wenn man sieht, dass wir hier auch irgendwie 20 Level höher sind, werden wir wahrscheinlich auch gar nicht so viel finden hier in der Region. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass es so klein ist. Aber so können wir ein paar Materialien sammeln. Das heißt, wir können das Level, äh, das Nacht sehr schnell durchflattern. Ja, ja, sagt sie immer. Ja, ja. Aber wir kriegen immer ein paar Teile, ist auch nicht verkehrt. Ah, es macht keinen Sinn, ne? Also es macht eigentlich keinen Sinn, dieses, ähm, auf legendär zu machen, denn es ist einfach zu... Hier kriegt man, glaub ich, nichts, was uns, was uns weiterbringt. Unser Schlagzeug. Hier gehen wir wieder raus. Ähm. Hätte ich sonst... Oh, da oben können wir noch mal kurz... So die ganze Zeit, wird es zwischen den Geroll, also könnt ihr ja, Blätter und Früchte ein, wollt ihr erst mit... Ah! Einfach pflanzensreiler, ne? macht wirklich keinen sinn jetzt hier großartig zu spielen und kämpfen aber jetzt gehen wir mal durch gut man kann ja ein paar sachen sammeln aber noch ein 3 gelesen wir waren ja schon mal hier drin deswegen wir stehen zu einige knochen sind auch unterliegen erscheint ein richtiger technik zu sein hier mein schuss über die richtung so Der pfeift dahin, die dahinten. Machen wir ein Spiel. Schreibt mir die einfach mal an. Ach so, Armin. ok ich meine das ist natürlich klar ist total simpel hier weil es nicht mein level ist aber das ist wirklich gerade gar nicht hier raus wir laufen sie und definitiven anderen dann schon vor dem war legendär machen euch damit schon mal ziemlich viele materialien das ja auch nicht verkehrt dann die brauchen wir so oder so nutzen wir einfach um diesen dritten packen die ganze zeit zu machen können wir unsere sache schon auffüllen gerade da macht uns keinen sinn wir gehen an die zurück umgehen das der zora und die karschule das ist ein bisschen langweilig ich gebe zu aber ja 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 Was ist das denn da? so das war es für dich Im Vorteil ist das auch als Jäger. Gut, also irgendwo müssen wir jetzt nochmal hin. Da können wir alles sehen. Da oben ist der Boss, da rennen wir als erstes. Sehr geil, sehr. Wir beeilen uns ganz schnell, der Boss. Antreiber. Da sehen wir, der sie antreibt gleich. So. Oh, auf mich treibt sich das an. Meine Faust in deinem Gesicht. Aber im Anschluss nochmal ein anderes Dungeon nehmen, was ein bisschen höherwertig ist. Ausfinden. Der Brücke meint das Grünste. Gleich aber sagen, dass es nicht ist. Also alle, die nicht wissen, was ich sagen, ihr könnt ja gerne euch das nochmal durchdosen, wo wir schon mal hier waren. Aber es ist ja praktisch, um noch durchzugehen. Schlecht. Jemanden, der tot ist. Wieder ein Sieg für die illustre Truppe des Shansen. Ja. 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 Ja, kann das wieder. Das trifft es noch. Regenerier lebendisch. was wir sehen haben ja noch was sein was ich und und da ist mit dem eine gute nehmen alles da ein soll auf geht's zum bohrsten mach schneller ich hab's gleich so los geht's gleich noch auf klingeln und holz die trifft man nachher auch als normale feinde die 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 Ich hab nie so. Nee. Ich bin derer Schatz, verstehe ich. Das ist gar nichts, aber es soll uns nicht weiter stören, denn es war ja auch nur mal ein Test, also dieses legendäre Ding war ja nicht so schwierig zu besiegen. Kann es auch egal sein, wir versuchen jetzt einen größeren Dungeon. Ach Quatsch, wann machen wir das? Können wir durch den Beam, oder durch das... Eingang? Wo ist der Eingang? Gar keinen gehabt. So direkt aus dem Dungeon rauskommen? Na gut, müssen wir wieder rausrennen. Lass wir gehen. Blöb! Panzen. Guck mal was hier. Was wird von manchen besiegt von den meisten Guttungen? Ich bin hier... 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 Ihr großen Aufwand auf der Zukunft sagt er. Ihr braucht alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Sehr gut. Ja, ähm... Lass uns mal gut sein für heute. Ähm... Und wir gucken uns das nächste Mal die nächsten Dungeon an. Ich suche einen raus, der ein bisschen höherwertig ist. Damit wir uns nochmal aufrüsten können für Burg Zwingenburg. Und der wird dann auch legendär gespielt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.